Hey, da bist du ja wieder. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Sonst erzähle ich ja immer kurz, was eigentlich ein ASMR-Video ist, aber das schenke ich mir heute. Denn ich habe ein wirklich sehr gutes Video gefunden, welches überhaupt ASMR erklärt. Und zwar sogar wissenschaftlich. Ich packe es euch also einfach in die Infobox, wenn ihr nicht wisst, was ASMR ist. Aber da ihr ja jetzt auf dieses Video gekommen seid und ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, was ASMR bedeutet. Deswegen wollte ich euch kurz erzählen, was heute auf euch zukommt. Und ich möchte nämlich in Zukunft ein Rollenspiel mit euch machen. Und zwar sage ich euch noch nicht, worum es in diesem Rollenspiel geht. Ich habe aber schon versucht, einmal dieses Rollenspiel abzudrehen. Und daraus wurde leider nichts, weil ich irgendwann etwas geredet habe ohne Skript, was total vom Thema abgewichen ist. Und deswegen wollte ich mir heute ein Skript schreiben. Und während ich dieses Skript schreibe, lasse ich das Mikrofon mitlaufen. Ihr hört also, wie mein Kalligrafie-Füller, ich habe mir extra einen Kalligrafie-Füller gekauft, auch wenn ihr es leider nicht sehen könnt. Aber ich arbeite daran, dass ich auch irgendwann einmal eine Videokamera dabei habe. Genauso wie ich daran arbeite, bessere Mikrofone verwenden zu können. Ihr werdet hören, wie ich mit meinem Kalligrafie-Füller über das Papier kratze und eben das Skript für das Rollenspiel aufschreibe, welches ich für die Zukunft plane. Ich werde mir extra die Füllfeder aussuchen, die besonders über das Papier kratzt, damit ich sicher sein kann, dass ihr auch etwas zu hören bekommt. Ich hoffe, es ist dann hinterher laut genug von den Geräuschen. Ich werde dann nicht mehr ab und zu auf dieser Seite und ab und zu auf dieser Seite etwas sagen, weil ich dazu die Mikrofone nämlich auf das Blatt Papier legen werde. Ich hoffe, dass alles wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Deswegen schließt einfach eure Augen. Ihr werdet keine Bildaufnahmen verpassen. Entspannt euch, sucht euch eine bequeme Position aus und genießt einfach nur. Also, ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, es wird so gut klappen. 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 Vielen Dank. 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 Ich glaube, darin einbauen kann, später auch meine Kamera zu verwenden und auch mein besseres Mikrofon. Wenn euch diese Art von Videos gefallen hat, dann sehen wir uns nämlich öfter. Wenn es euch noch nicht genug ist, dann schaut einfach mal hier in die Infocard, da werde ich nämlich ein Video verlinken, was nach euren Interessen zugeschnitten ist. Oder ihr schaut einfach auf meinem Kanal, da habe ich nämlich schon einige Sachen hochgeladen. Für dieses Video verabschiede ich mich wieder von euch und wünsche euch einen entspannten Abend, eine entspannte Nacht und morgen früh einen entspannten Tag. Gute Nacht, 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 gute Nacht,